Grüß Gott, liebe Unterschecht! Ihr fragt euch, warum ich noch im Bett lieg? Na, weil ich's mir leisten kann. Danach gibt es die Gesichtspflege. Auf meine Haut nur das Beste. Dann ein etwas extravagantes Frühstück, möchte ich behaupten. Anschließend nur den edelsten Tropfen. Und dann die ständig selbe Frage. Was nehm ich heute? Bugatti oder doch den Ferrari? Papa, ich brauch deine Hilfe.